Hilfe! Oh Gott, ich hatte kurz das Kissen feststecken an mir. Wir haben trotzdem einen bekommen, weil wir... Was? Was? Die Leerofen links, ne Bratwurst. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Hey, wie habe ich das geschafft? Oh Gott! Oh Gott! Ich kann nicht aufhören! Hilfe! Ich sterbe wahrscheinlich jetzt einfach jeden Moment. Oh, ich bin tot. Wo kommt der denn her? Meine Güte! Ich habe ihn gekillt. Geh weg! Ah! Deswegen sollte ich weggehen. Digga, ich sehe gar nichts. Da, hier, mein Kill. Triple Kill. Mann! Nerv mich nicht! Ach, komm schon! Du useless fuck! Wieso habe ich fucking 470 Leben? Wieso habe ich... Wieso reguliere ich Leben? Ich bin tot! Wie habe ich die Karte nicht bekommen? Ein Caster Minion! Ein Caster Minion nimmt mir die Karte! Ja, ne, aber sonst war es nicht gut, was er gemacht hat. Digga, wo kämmelt der eigentlich schon? Weg der Grind! Hö! Ach so Digga! Er hat den Nexus auf 30 AP runtergeballert! Ach so Digga! Ich kann dich nicht healen Digga! Ich komme dir nicht hinterher! Ja, du bist zu schnell! Krassel! Heal mich! Ich heal dich! Digga, du hast einfach... Ich kill's erst demnächst! Nur der zweite Kong! Ich glaube, wir halten mal Krise hoch! Kühlst du mich, Alter? Egal! Guck mal! Ich bin raus! Ja, ich bin da! Alles gut! Ich verarztet dich! Ich bin raus! So! Digga, verarzt! Ne! Ich habe 8 Kills! Das ist Any Damage! Das ist einfach nicht Any Damage, sondern nur... Ja, geht doch! Das war einfach... Können Double-Kills gehen! Digga, wieso steht er hier einfach nur? Hä? Steht er bei dir auch einfach? Digga, hä? Normal an, du bist anders total! Kleine Nutte! Kleine Nutte! Nutte! Fucker! Ach, Vincent! Mit Hem, Ermin Borg! Geil, Mann! Haben wir noch einen Spielplatz! Ich möchte eigentlich noch nicht zu dem Auto gehen! Was ich mir dabei gedacht habe, kann ich nicht sagen! Wie komme ich in mein Inventar? Markus! Um du serdetta! Fahrzexporn! Ah! Ah! Alter, sehe ich fesch aus! Okay, ich will einfach nicht in den Fluss fahren! Wer weiß, ob ich da... Bro! Mein Gott! Nimm dein Fahrrad und weiter geht's! Ich kann mal gar nicht rumschubsen! Gibt's savepoints? Gibt's savepoints? Alles klar, du scheißidiot! Scheiß auf das Fahrrad! Oh mein Gott! Jogi, what the fuck! Hat er noch Bock auf uns? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wieso? Womit habe ich das verdient? Ich bin der Infos! Bläh! What the fuck! Ahhhhhhhhh! Der Scheunenfight! Dieses Spiel! Dieses Spiel! Zu mir ganz ernst. Der ist hier drin. Automatgefähr. Okay. Wir testen jetzt einfach mal was. Und ich hoffe einfach, das funktioniert. Was macht er hier drin? Ähm. Hä? Die verdammte Tür. Wieso sehen die in meinem Haus? Wollt ihr mich verarschen? Mein Gott. Ich verstehe es nicht. Die spawnen in meinem Haus. Hör auf, Spiel. Hör auf, Spiel. Was ich das verstehen? Erforsche die Insel. Das ist halt so, um mehr Barcode-Schlüsselkarten zu finden. Ja, vielleicht soll ich einfach lesen, ich Idiot. Willst du mich verarschen? Du machst keinen Sinn. Ich bin in dir. Du bist auf mir. Jetzt sind die zwei. Jetzt ist hier ein dritter. Ich fass es nicht. Was wollt ihr denn? Was wollt ihr denn? Aufgeben. Strategie, operativ, Taktik, stritzkirchen. Mailbild, Upgift, Instalt, Regler, Volkret. Aufs-Grenz-Ning-Gar-Trenn. Wer der Beruf-Motstand? Ach, scheiße drauf. Hängt der im Haus? Der hängt doch im Haus. Hängt der im Haus? Hi, Bro. Was geht? Hängst du ein bisschen fest, wa? Okay. Oh, mein heiliger Gott. Du kleiner Drecksack. Dich knöpf' ich mir vor. Aua. 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 Ah, wieso bin ich dumm? So hätt' ich mir denken können. Wieso stehen hier zwei Schachtbretter? Also for real. Was haben die immer mit ihrem Schacht? Digga, ich wollte die Wand sprengen. Sorry, mate. Ich hab wieder wohl in die Luft geflogen. Ich hab in die Luft geflogen. Aha. Nein, Hilfe! Oh Gott! Oh Gott, Hilfe! Oh Gott! Aber okay, war okay. Wait, gehört die Claymore uns? Ja, ne? Ey, ich versteh manchmal nicht, wie ich eigentlich so scheiße sein kann. Alter, das ist halt das beste Rotational, was ich jemals gemacht habe. Das ist das Ding, das ist das Brauen-Killen, Alter, man. Flashbang. Oh Gott. Was macht der denn? Ist der nach runtergejumpt? Aber du hörst hauptsache Schüsse oder so, das ist halt unabhängig komplett faked. Wollt ihr mal nen Fake-Killen-Killen-Killen-Killen-Killen-Killen-Killen-Killen? Oh, warte mal. Junge, ich werde einfach... Pfff. Ich bin explodiert! Ey, Ray. Jetzt kann man rauskommen, ich muss mir wirklich mal runterheben. Digga, er hat mein Blitz gedutscht mit seiner Rolle. Das macht nicht mal mehr Sinn. Wenn ich im Realife eine Rolle mache, Alter, dann werde ich auch nicht vom Blitz nicht getroffen. Ja. Nein, nein! Angriff. Ja! Haut den kleinen Gnom zusammen! Ja! Na, ist einer, ist tot. Und... Ich bin deep noch. Oh, Gott! Schnell, ich habe den einen runtergeba... Der Gäste ist gottlos! Sohn, Alter, schmeiß mich runter! Hast du im Kampf geworfen? Was ist denn das Ding gerade? Ich bin der Verwärter. Ja! Komm mit! Ich war versehen! Hilfe! Hilfe! Tschau! Digga, kann der sterben? Das ist ja Kaido übrigens. Das ist so ehrenlos, was hier gerade passiert ist. Der hat mich gerade 15 Meter out of Schlacht geworfen. Unterricht, kacke, Alter, da rasieren wir ins Ultranoid. Ach, Digga, er hat mich schon wieder aus der Schlacht geworfen, Alter. Das nervt. Ich glaube, der andere ist auch tot. Der ist auch runtergefallen. Jungs? Jungs, ich brauche Hilfe. Hey, ich häng' bitte ein bisschen... Ich häng' fest. Spring. Nein! Kann ich springen! Warte. Danke, Chris-O. Würdest du... Spielen, dann spiel' ich Renn. Ja, ich... Bin ich nicht, Doku? Kein Held ausgewählt. Cool. Wer bin ich jetzt? Ich... Ich... Du bist fast. Mann! Folg mir, Handel. Stopp, hier rein. 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 Ja, ich mach' sie da! Achso. Und jetzt warten... Einmal nur warten, bis die Gegner kommen. Einmal nur warten, bis die Gegner kommen. Wenn die jetzt hier runterfallen, dann sind die komplett... Soudry. Soudry, ich hab's mitgenommen auszusehen. Was? 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 Wie dumm war das denn? So shit, alter. Also... Was? 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 Wie dumm war das denn? Was? Was ist das? Was? Was? Alter. Ah! Melmo! Melmo? Ja. Malmö. Äh. 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 Ich weiß nicht, ob die reviven. Hallo da! Oh Gott! Oh! 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 Mann! Ich bin... Äh... Das ein Phoenix geht, das nehme ich gleich. Hab ich auch nicht damit gemacht? Oh no! Hier? Oh! Oh! Und runter uns auch noch? Oh! Oh! Ich bin aus hier drunter gehüft! Oh! Oh! Ich steh in wem! Ey, der hat mich nicht gesehen, okay? Also alles gut, Jungs! Ich bin safe! Ich stelle mich kurz vor ein und sterb! Oh! 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 Geh! Nehm einfach mal! Und links von uns wird so böse! What the fuck amigo! ich kann die eva was macht das schaden gottlos ja die eva die ist ja trash oder ich bin aber scheiße im kann ich glaube ich konnte noch green screen aber dark screen dark green screen bleibt man noch mal Prozent ausfahrt Mausrat der Einladung der Baust bei der die Karte die Karte auf die Bauteilung aber nie so ja ich kann gar nicht wenn er hat woanders am Freunden ich kann ja nicht so zett Höhe, ist weg. Das war die KI. Ich hab die KI verloren. Haha, Benne. Die KI ist vor allem stark. Spooky kenne ich mich nicht aus. Naja, die würde das Hauptsinn. Ich verliere wahrscheinlich gegen die im 1 gegen 1. So, den hab ich erstmal gegeben jetzt. Dicke. Junge, was ist mit ihm? Junge. Guck mal, die fällt um. Achtung. Hä, sie fällt nicht um. Jetzt hat sie. BAM, Junge. Oh, sie trillt, Alter. Yo. Aua. Alter. Was ist denn aus, Dicke? Nein, jetzt bin ich dead. Ja, herzlichen Glückwunsch. Weil der Mate auch wieder weggeht. Ich hab das überlebt, irgendwie. Heilige Scheiße. Jetzt hat der aber auch die Scheiße hier. Sorry. Der Stand ist im Weg. Junge, wie hab ich das überlebt? Junge, dieser Typ, ne? Junge, kann er auch mal keine Ausdauer haben? Junge. Können wir durch ihn oder machen wir uns ein bisschen entspannt? Dicke, Junge. Er nimmt mein Holz. Wir können auch versuchen mit anbrennen, bis Jakob da ist. Lass das mal probieren. Warte. Das ist echt lustig. Ich bin auch jetzt gleich da. Hup! Wait, what? What? Wait, what? Ich hab mich treffen lassen. Tot, 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 tot. Meine Fresse. Kann ich mir nochmal die Koordinaten rein treffen? Ich hab die nicht gesehen. Äh, vom Net-Up? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Digga, jetzt schlag mich doch nicht. Ich bin grad so erschrocken. Ach, du Scheiße. Wenn du Ding wärst, sollst du hinter dir, dass du dein Ding mit tun kannst. Ah! Da war ich auch, aber da war keine. Hinter dir, hinter dir. Hinter dir, hinter dir. Da liegt der, okay. Hinter dir, guck auf. Ach du, Gott. Oh Gott, ach du, der sprengt mich vielleicht. Ja, das ist sicher, wenn du einen Puff hast du. Oh, Junge. Äh, ich weiß nicht, ob wir über das Steg laufen wollen, ne? Hier Pilze, ob du die beste Pilze. Ich weiß nicht, ob du da lang willst. Lass bitte oben durch. Irgendwo. Trash. Schmerz. Oh, können wir Jakob irgendwie hier hochbringen? Geht das? Ne. Doch, ich hab Soul Sand. Hoftreiben. Oh. Und der wird sich fragen, wo er ist. Baut sich nach unten. Und ist im End. Oh, ich hab keinen Schützer gegeben mit, ha? Nein, warte, warte. Jakob, hast du alles, was du brauchst? Okay. Oh nein. Was? Fire the hole, Alter. Oh, let's go. Reiner, rein, 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 rein. Level 2 Power Stomp. Oh Gott, der weiß, wie es geht. Yay. Das meine ich. Holy shit. Ich bin Schoko einfach. Schon wieder. Was war das denn? Er geht ganz gut. Oh Gott. Der mag nicht wirklich. Wenn du das machst. Aua. Aua. Mach die weg. Oh, das ist der echte, der echte. Okay, der echte ist wieder irgendwo hin. Der echte Baranjo. Pff. Der hat schon gepoppt, Alter. Unlucky Jungle Div. Halt's Maul. Also man, muss ich da schlecht gut gehen. Demacia. Demacia. Wenn wir beide draufholten. Könnten wir. Demacia. Der ist auch tot. Ja. 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 Ich weiß ja nicht, aber, also, ja, aber. Demacia. 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 Oh, Junge, diese Ulf. Hopp. Unter, unteren Spieler. Hehehehe. Oh, shit. Oh, du bist der scheiß. Ich hab's gemacht, oder was? Hey, man hat ja gar keinen Cooldown aus der Ulf. Junge. Hä? Wie dumm. Nein. Nein. Junge, sie haben Trump studiert. Lass alle reingehen. Lass dich nicht mehr. Ich hab Parten machen. Ich tank. Ich hab das Ei, glaube ich, in Linerie. Hehehe. Mach's den Enten. Ja, komm, das gewinnen wir eh. Oh, mein Gott. Was machen die so? Ja, ich hab den Flash. Oh, Junge, ihr habt den Flash fast predicted, basically. Oh, wenn die Hannivias gleich hierher kommen, Alter, dann gibt's. Oh, Junge. What? Junge, was ist denn ihr Damage, Alter? What the fuck? Alter. Oh, Junge, da kommt drei Stück. Wie geil, Digga. Oh, shit. Oh, shit. Wie geil, Digga. Komm, ich hab alle Qs raus, Bade. Boah, Junge, ich hab alles... Oh, fuck. Oh, shit, Digga. Oh, wart Spaß. Komm schon. Der Arme, Alter. Der steht da raus, Digga. Oh, was ein geiler. Was ein geiler, ey. Äh. Nice. Äh, ich hab's. Äh, nee, ich versuch's. Ah, alles. Fick dich, Jumi. Weg mit der. Nein. Ey, die lebt. Oh, Mann, der Dauer. Oh. Yoink. Easy, 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 easy. Das kenne ich auch nix, Digga. Scheiß drauf, der Garten. Und E, E. Oh, mein Gott. Die Stunt nicht. Nicht, Fab Ryan. Ah, Idiot. Der Slate, also die, 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 die lässt sich nicht nehmen. Junge, jetzt war overextended mit der Ult, aber die hab ich außerdem gedrückt aus Reflex. Oh, wir hätten gleich in die Zone gehen sollen. Ja, dann wäre ich halt hinten, ja. Ah, das war fast durch. Ich hasse es. Der Laser ist minimal unauffällig. Lol. Hättest mit, wie heftig sieht das aus. Machen wir Laser. Ah, so. Paul sitzt einfach im Nichts, oder? Alles klar. Oh, mein Gott. Kletter wird erholt, du hässlicher. Mann. Du dummes Stück. Oh, Gott. Ende, du bist ein ruhiger, oder? Hat's Maul. Die schießen sich gegenseitig kaputt. Oh, mein Gott. Ich dachte grad, ich dachte grad kurz. Ja, dann siehst du aus, als... ...wär ich grad fast an Fallschaden gestorben. Wie komm ich hier am besten runter, ohne mir alles zu brechen? Oh, 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 oh. Ah. Schmerz. Ich hab ne gute Idee. So. Hoppa. Das war schon cool. Ich hab wieder von irgendwo gesehen. Ob ich wieder keine Ahnung hab von wo. Kann ich vielleicht... ...den Five-Fat-Move machen? Wir sehen ja hier nirgends. Hm. Also wenn ich das alles aus der Ferne machen kann. Oh. Oh, mein Gott. Wo kommen die denn jetzt her? Die standen da noch nicht die ganze Zeit, oder? Braucht man die tatsächlich? Let's go. Okay, deswegen seh ich so. Hey, hey, hey. Wo macht das... Hallo, ich hab doch ne Gasmaske an. Den Brief, den werden wir gleich lesen. Was? Ne Panzerfaust? What? Oh, mein Gott. Habe ich Munition für die? Oh. Oh, okay. Oh, mein Gott. Ich hab den Sprung verkackt. Oh, die Schade. Gib mir ein paar Blöcke. Gib mir ein Blöckchen. Ich muss jetzt fetten Jump'n'Run-Stuff machen. Ja, mach durch. Sogar drunter gefallen? Ja, ich hab fetten Jump'n'Run-Stuff gemacht. Ja, Digga, was ist das immer für ein Knockback von denen? Hilfst du die beiden und ich geh zu den Dias? Okay, okay, man könnte echt denken, dass ich scheiß Hacker bin. Ich bin runtergefallen und bin wieder hochgebackt. Ich kümmere mich immer drum, dass du schön deine Schutzsachen anhast, dein Schärfgeschwert. Und du einfach nur so, ne, ich geh das aufs Maul, ey. Alter, hab ich den einen Hops genommen. Warum tut er das? Ich komm zurück. Ey, der Weiße kommt, Weiß kommt. Was war das? Was war das für eine Aktion, Jan? Nein! Was hast du getan? Ich wollte schießen, aber in dem Moment hab ich verzogen. Ich hab sie gerade rausgeholt, übrigens mit meiner Flöte. Oh, Achtung, aber dich greifen die an. Ich kann den nicht helfen. Aber, Alter, das war... Ich hab doch nichts. Was soll ich denn tun? Okay, warte, 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 warte. Es hilft dir, es geht nicht. Junge, was hüpft du denn auf? Du dummer Vakuum-Kopf. Geil ich mir da her. Ich brauche aufwürmen. Die machen ja sonst euch weg. Ach, die sind faschistische Kack-Sounds. Okay, Jungs. Benne, zünd mal den Baum hier an. Und dann musst du weg, sonst brennst du selber. Ja, ich brenn. Okay. Ein Tuthahn. Oh mein Gott. Jetzt könnte ich ihn so schlagen, Alter, hätte ich ne Waffe. Ich hab ihn grad stuck. In der Nacht. In der Nacht, ich hab kein Feuer. Ich hab noch nicht mal Gras. In der Nacht, ich hab kein Feuer. Ja, das wär mir auch nicht. Geh heuer. Seid ihr zufällig in einem Sumpf, Jungs? Ich komme. Ja, mega, Junge. Ähm... Der Arzt ist ja mega. Ja. Kann sein, dass ich stuck bin? Ja. Mhm. Haha. Haha. Und jetzt nicht angreifen. Ah. Und jetzt gibt's ein hässliches Radieschen, was einen auch fertig macht. Nebenbei. Oh, ich bin direkt reingejumpt, Idiot. Wird rausgeschnitten. Aua! Wird rausgeschnitten. Hm. Ich hab ein bisschen jetzt verfolgen. Warte, was ist denn jetzt? Okay, klar. Ich hab nichts gesehen. Ich hab gar nichts gesehen. Jetzt an so einer Münze sterben, oder? Mhm. Nee, nee. Werden von dem Großen. Mhm. Fleisch. Oh, mein Gott. Jungs. Fährt doch auf. Kommt der. Yo. Oh, mein Gott. Was zur Hölle. What the fuck, der Sound. Bam. Aua. 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 Junge. Verpisst euch alle. Verpisst euch alle. Verpisst euch alle. Liebe mich. Liebe mich. Liebe mich. Junge. What the fuck? Und. Zack. Und. Angeschossen. Mit Gift. Hä. Wow. Äh. 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 What? Oh, cool. Ähm. Es gibt auch Riesen. Ah, da kommt der Herr. Bro, verpiss dich. Oh, Junge, der macht die Knechte. Die macht der, der macht die nicht kaputt. Okay, wir müssen flüchten. Ab dafür. Weit, wei, auf und auf unten. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt irgendwas gebracht habe. Oh! What? Oh, Junge. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Ja, was für Hunger. Was macht der mit mir? Junge, lass mich runter, du Arnus. Och, Junge. Och, Junge. Perfekt. What? Junge, mein Ei ist in die Luft geflogen. Was soll das? Das ist Banjo. Versteht ihr das? Das ist Banjo. Der kennt die Augen. Junge. Hä? Oh, nö. Nö, nö. Och, nö, 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 nö. Aua, Junge, das kann mich hinten. Stopp, 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 stopp. Oh, nö, 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 nö. Bitte nicht. Ich kann mich nicht. Ich kann nicht schleifen. Mein Gott. Er tackled mich tot. Ach, nö, ey. Junge, ich bin gerade im Kampf. Ja, guck sie dir an, wann sie gucken, wie ich... Hä? Okay, der Ziegenmann hat sich umgeformt zu... Weiß ich nicht, was das ist, Mann. Was ist denn Dolthosaurus jetzt, Mann? Was sind meine Mates? Oh, Leute, ich werde sterben durch. Oh, ja, oh. Oh, Dolthosaurus hat mich komplett weggemacht. Und Gift. Zack. Oh. Okay. Oh, okay. Äh. Okay. Oh, lol. Oh, lol. Bam, Junge. Zack, Junge. Ich hab mir meinen Hirnkasten gesprengt. Ja, weg damit. Ja, er tp sich einfach, hä, hä? Oh, ne, komm, buddelt. Ah, Junge, das ist schön. Und da fliegt ein Ei vom Himmel. Let's go. Was ist... Was ist... Wie sehen eigentlich diese Augen aus? Alter, das ist aber auch irgendwie cool. Oh, mein Gott. Ich bin einfach Master Key of Crack. Ja, schwierig. Der Typ hat er dann aber auch 13 Verweise, also... Schwieriges Thema. Lag vielleicht alles ein bisschen beieinander. Alter, der... Der Piglin hat gerade einen gottlosen Bug gehabt und hat gerade dauerhaft einmal pro Sekunde gegrunzt. Äh, 50 Mal pro Sekunde gegrunzt. Ich hab einen Warped Forest gefunden. Ich seh schon Enderman. Null. Nie in death. Boah, ist er irgendwie noch ein bisschen Ofen drin? Ja. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich hab gerade ein ganz großes Problem. Es nennt sich drei Endermänner hinter mir und keiner wollte ins Boot steigen. Oh, unangenehm. Soll ich ein paar Boote mitbringen? Oh, mein Gott. Ich hab das ganz so geklatscht. Oh, mein Gott. Das ist aber schuld. Was soll ich das Eisen machen? Ich hab missklickt. Ich hab missklickt. Du hast das Feuerzeug. Nee, wer hat das Feuerzeug? Du hast das Feuerzeug. Ich hab das Feuerzeug. Ich hatte notfalls noch ein Flint und ein Ding. Ja, ich bin einfach nur leicht blind. Hm, weiß nicht. Wo baust du dich eigentlich gerade hin? Ah, 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 nein. Hast du da Lava gebaut? Ah, da ist Lava. Ich hab die Lava gefunden. Ich weiß nicht. Also, wir schaffen es nicht mal mehr in den Nether zu kommen, weil wir unfähig sind. Also, natürlich nur Banyo, nicht ich. Hey. Deswegen. Lost. Ja, aber ich weiß nicht, ob der Warpon so die schlaufe Idee wäre. Ich bin nicht mehr tot. Ich bin nicht mehr tot. Es läuft gerade so gut. Och, es lief doch gerade so gut. Es läuft nicht gut. Ähm, wollen wir schlafen? Ich hab sieben Wolle. Ich kann ja machen, Bitt. Aber nur eins, dass wir zusammenkommen. Pff. Was hast du gerade gemacht? Das Server-Icon wird auch immer weirder. Ja, ich hab's auch schon gesehen. Nein, 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 nein. Ja, nein, nein, ja, nein, äh. Oh Gott. Kannst du dich mal entscheiden? Nee. Auch nee. Auch nee. Das ist ganz schlecht gerade. Ticker, was zum Fick ist das hier? Das hat wirklich... Ah. Oh mein Gott. Ah. Mann. Ich bin runtergelaufen. Wieso bleib ich denn jedes Mal hier hängen? Auch letzte Runde. Bob bin ich immer weg. Mann. Das ist so lächerlich. Ich bin... Ich wollte da drüberhüpfen auf die Scheiß-Plattform und wurde weggebumst. Oh Gott. Gute Nacht, Niggi. Ja. Digga, da war... Ich wurde abgeräumt von so hässlichem Scheiß und mal Orangen. Digga, ich fall einfach um, wer dich im Wert gekauft hat. Ey, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Digga, irgendein Penis pimmelt mir hinterher, Alter. Ich bin voll dabei. Nope. Oh mein Gott. Der hat mich festgehalten und das selber hat runtergefallen. Alter, war das knapp. Oh, let's go. Richtig. Mich haben deinen Spot. Seik. Ich habe mir so einen guten Spot ausgesucht am Ende. Wir spielen... The World's Hardest Game. Wir werden das versuchen zu speedrunnen. Und das ist absolut laut. Ja, sollte das auch easy sein. Äh, 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 äh. Total Debs 362? Wie kann das denn sein? Ja, okay, Leute. Das war kein Speedrun. Ich habe einfach natürlich meine besten Runs reingeschnitten. Wahrscheinlich ist das auch schon aufgefallen. Zoe. Habe ich die? Glaub nicht. Ja, die habe ich. Erzahlt. Oh, Junge Oh, nein, bitte Mein Gott, warum? Warum? Oh, mein Gott Wo kommst du her? Ja, Digger Team Bullen Oh, Junge Zero kills Okay, machen wir erstmal Support für dich Oder für wen noch Oh, Leona hab ich Also, ich könnte Leona machen Ja, machst du Leona Digger, was ist das denn für ein Scheiß Junge Yo, yo Yo, let's go Hä, die gehen sogar die Eier Sieg's, Sieg's als AD Carry Sie hat schon eingesehen, dass es keinen Sinn macht Der Zyra zu helfen Leichte Beute Hä, wie hab ich Die gekillt Erstens Und zweitens Wieso hat die sich eigentlich nicht befähigen dürfen Ich werde den Exhausten Kleines Ding Ich hab meine Eier daneben geschmissen Aber wichtig Wo ist eigentlich die Zyrie hingerannt? Ich glaub, die ist einfach geflüchtet Kann ich immer noch Leute one-shotten? Ich werde den Gebackstab von Hanzo Nope Der wollt grad ulten Wow, der wird eine Ulke dodscht Digga, kurz nen Lag gehabt, nen Gottlosen Alter Okay Notiz an mich Wenn ich die Roadhog ult hab Dann nicht gegen die Wand schieß Wenn alle Pellets nämlich an die Wand dodsen Hab ich nen ganz miesen Lag Eins Ich war full life Wie viel Damage machte die Pharoah ult? Wir sehen uns auch irgendwie bei so nem Ja Bei so nem Schnauzer Also ich find, das ist schon Äh Keine Keine Perfekt, oder? Das ist aber soweit nicht so schlimm Was ist das? Ein dritter Äh Eine dritte Partei Will sich den Kampf anschließen? Das find ich jetzt nicht so geil Oh mein Gott Ich glaub es nicht Einen neuen Part für Banjo Wie sieht das denn aus? Okay, Angriff Ich muss die Feuerbomben nutzen Oh wait Oh wait, das war absolut lost Daraufhin erstmal nen Freundentanz Was will er hier? Das will der Axtkämpfer hier Räuber? Okay, dann auf ihn Irgendwie bekomm ich nur noch Plus Null Was soll das? Ach nee, Plus Fünf Hä? Das Problem ist Wir werden grad eingelissen Kann der König bitte was essen gehen? König Geh bitte was essen Bro, du darfst nicht sterben! Okay, der König ist tot Okay, scheinbar respawnt er Nach ner Zeit Und jetzt geht es auf Die Banjo-Karakatür Es gibt scheinbar noch Wenn andern der Banjo heißt hier Es kann nur ein Banjo geben Boah, what? Nice, nice Okay, irgendwie haben wir nur noch einen Sperrmann Jetzt aus irgendeinem Grund Wobei, bevor es Essen geht Werde ich nochmal nen schönen Tanz machen, Jungs Okay, warte mal Er hat irgendwie Sachen auf der Hand Egal, rein da Kommt, Jungs Gebt alles Let's gooo Huh? The fuck? Oh mein Gott Das ist ja so gut Wait, what? Die Peter runter? Wir nehmen den Quadra Den indirekten Und damit haben wir irgendwie Die KDA gerettet Oh mein Gott Oh mein Gott Ist das dumm Ah, ich bin zwar gestorben Aber es ist so scheißegal Es ist so egal, Digga Wir haben die so demolished Was ist das für ne Kombo? Digga Oh mein fucking Gott Ich wollte eigentlich ein Game spielen Das jetzt vor die Minuten live gehen sollte Aber ist es irgendwie noch nicht Mein Gott, was passiert hier? Hilfe! Triple kill! Triple kill! Ah, 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 ah Holy shit Mein Gott Warte Ich habe erneut ein Double gemacht Fast ein Triple Weil ich wieder 50 Leute gefühlt gesleept habe Die hat so rar K.O.L. Da habe ich ja schon wieder gar keinen Bock drauf Oh, ich bin gleichzeitig mit ihr geflasht Und deswegen Kann ich sie killen, maybe? What? Alter, dieses Soraka-Healing Holy shit Holy shit Chill deine Nuts Nein, 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 nein Der Komet Der Komet Der Komet Oh lol Ey, vollidio Mir habe ich das Shutdown gecrackt Als ob die W so viel Damage gemacht hat Ah, so Ich bin tot, ich bin tot Ich bin tot Die Burg der Banyos Yeah Das ist die Baumkneipe Oder nein Ich habe es noch besser Banyos wollen Pils trinken Ne, wenn ich verstehe Ja, und dann wäre der Wagen auch komplett Wir haben hier einen Eisenwagen auf Eis geschienen Das sieht ja hier so dumm aus Ich bin dann Spanio der Wassermann Obwohl ich kein Wassermann bin Okay, wait Bevor die das einnehmen Kürze ich das alles verkaufen Ich sehe nicht ein, dass ich mein Geld hier bekomme Ja, und ich habe schon vorhin gesehen Hier gibt es ein was Das sieht aus wie ein fucking Sternzerstörer Das werden wir jetzt auch nehmen Einen dicken Stern Einfach weil es der Sternzerstörer ist Zack Trickbombe Holy shit, da kommt sie angeflogen What? Instant Wir können doch noch Leute leben Hallo Wie können die mir noch die Flanke überreißen Wie können die noch leben Sind nicht gerade einfach alles Holy shit Würde ich sagen, ist es endlich soweit Wir werden die Interkontinental-Pakete zünden Alter 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 Boah Boah, Junge Alle Städte Die Weltherrschaft ist dein Peace was never an option Oh mein Gott Weg mit der Maske Es ist Zeit Es hängt ihm zwar ein bisschen im Auge Die ganzen Haare Aber Schaut euch an, wie zivilisiert er jetzt ist Noch zivilisierter als vorher Er hat einen Zylinder Er hat Haare an der Seite Er sieht aus wie ein echter Gentleman Oh mein Gott, die Mercy da unten Kann die noch leben, hä? Was? Ich hoffe, die kriegen dann rein, halt irgendwie weg Hallo da Yo Pro Nice Ist das nervig Ich möchte es gar nicht sehen Hallo Roadhog Das schreit nicht What the fuck Okay Ich sleep, aber ist okay Boah, was macht Reinhard? Oh mein Gott, wie konnte ich den Hook missen? Das war der schlechteste Hook, den ich je geworfen habe Nehmen wir Er hat irgendwie ein paar auch mitgenommen Was hat er gemacht? Ups, schreibt er Okay, zu Blödsinn Oh mein Gott, wie clean So eine cleane Sache Ich sehe einfach gar nichts Ich drücke einfach alle Tasten Mäntel Ne, nicht Mäntel Keine Ahnung, was Au, lau Ja, ich kann kein Russisch Rächerin Vielleicht heißt es Keine Ahnung Oh ja, gib mir Mehr erstoff Ja, ja 99 Ja Power Ja 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 Maximale Energie Wahnsinn Ich hänge wie so nasser Sack Und schieben das da ein bisschen weiter hin Und ich mach Wieso macht der jetzt Limbo? Für Fortnite Und jetzt Bam Bada Boom Und es rollt da hinten runter Es rollt da hinten runter Alter, ein bisschen echt krass Geh ich mal kurz umbringen Ach du Scheiße Huiiii Komme ich wieder von oben Ich komme von oben Jawoll Au Jetzt werde ich mich drüber schleudern Achtung Das wird so gut Oh Das Tatsan Hallo, ich bin Jesus Du darfst tanzen Achso, wir tanzen Oh, guck mal Du darfst mich sogar von hinten so umarmen Warte, jetzt sieht es aus, als würden wir jetzt einen Judo-Kampf starten Oh nein, er hat mich an Oh nein, Bodyslap Oh nein, Bodyslap Watch out, watch out, watch out, watch out Nein, was? Und ich muss anhalten Ich muss mich stunten Ich werde dich mitnehmen Ich muss hinter mir lassen Oh Oh, du hast dir voll die Fresse getreten Ich lebe Ich lebe Aber ich glaube, wir brauchen das für die Das Ding da Geil Geil Das ganze Ding Du hast was getan Das ganze Ding ist ganz mitgeflogen Hat es funktioniert? Ich hab's Nein, nein Nein, nein Hilf mir Ich kann nicht Ich weiß nicht viel Ich weiß nicht viel Oh nein 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 Ich wollte schon sagen Gut, dass ich den Jesus Oh Gott, oh Gott Ich wurde schon ziemlich oft wiedergeboren Hallo Hallo Digga, das ganze Ding ist ganz am gebrochen Oh, und jetzt Wie du auch die Hand hinter deinem Rücken so hattest Wie so ein Chef kochen Pass auf, pass auf jetzt Pass auf, pass auf Oh, hier sind wieder ganz viele blaue Teile Oh, bin ich gut Ja, ich bin sehr stolz Oh Das hab ich gesehen Da kommst du Jawohl Ja, ich hab den fucking Backflip Wir haben Backflip gemacht Das sah richtig krass aus Das sah richtig krass aus So Au, au Da ist der Rohr, ich seh den Rohr, ich seh den Rohr, ich seh den Rohr Jawohl Nein, 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 Hilfe Hast du das noch? Nein, ich glaub nicht Ich bin auch Das macht Spaß Das ist die Gäste Oh Alter, hat mich erfreut Okay, warte, ich muss auch Au, 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 au Schönes Ding Sehr gut Okay, und jetzt Es läuft schneller, oder? Und jetzt müssen wir uns Zum Olymp schießen Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, das wird richtig gelb Äh, 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 what the fuck? Hast du das grad auch? Äh, es ist grad durch das Colosseum durchgeschossen Hast du gesehen, wo ich bin? Ey, guck mal, wo ich bin Komm mal unter das Wiesn Ich lehne mich da so hin Okay, warte, warte Ich fang dich Ich fang mich Ich fang mich Ja, 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 ja Ich fang, ich fang Was? Wie geil Nein, es sieht gut aus, sieht gut aus Wer sind wir erster? Let's go Okay Wait, wenn ich 39 Punkte bekomme Dann heißt es Wir sind 39 Leute Das heißt, das einzige Team ohne einen Mate Ohne vier Mates sind wir Frage jetzt, wie viel kommen weiter? Vier, und damit sind wir Fans Damit hab ich das gecarried Ähm, nach vorne zweimal Easy Damit müsste ich erster sein Weil es keiner gecheckt hat Let's go Nein, was machst du? Ey, nach vorne, Bro Er geht zurück Warum? Komm schon Müsste klappen, oder? Let's go Und damit haben wir's Damit haben wir den Sieg geholt Den ersten Sieg In der neuen Season Mit nur drei Leuten Tschau, Schleims Tschick Oh Nein Yo, stimmt Oh mein Gott Riesenhase Da ist wieder was Wasser Was? Ich bin knocked out But several hours Ich hab nichts mehr Ach so scheiße Keine Ahnung, was jetzt mit dem war Weil ich was die Gottes Äh, die Gottes Scheiß, wie hier los werden Och nö Ja, die verschwenden einfach Du bleibst hier, Junge Ess jetzt deinen scheiß Salat Huh Da, was willst du? Was kannst du? Oh Gott Also ich kenn den Goldschleim Den muss man anschießen Aber was macht der? Ah, Diät, Meat Ja, ich hab keinen Meat Ja, scheiße, Digga Ich frag jetzt, was mach ich dann? Ja, komm Wir zahlen das hier einfach mal ein Ja, perfekt, Digga Ich bin so ein Genie Ey, ich bin so ein Loll Digga Da ist er Ja, okay, macht Sinn, dass er in der Höhle ist Aber, huh Steinhände Nein, du Arschloch Du Ah, fucking Holy shit Digga Oh Oh, mein Gott Das sind wieder 40 Mit 10 Stück kann man schon Oh, ne Vase Nein, 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 nein Oh Nur Müll Yeah Wisst euch Boom, Junge Weg mit dir Pow So viel Hasen No, no, no way Dafür sind diese Teile Oh Ähm Digga Hab ich mich erschrocken Junge Und wie fucking episch sieht das bitte aus Nimm mal ein Plot Eins schieße ich mir hin Oder nach da hinten Digga, wo ist das jetzt hin Oh nein Digga So eine Beste Ja, wo sind denn die Hände Ja, okay Ja, okay Ja, das war's dann auch, ne Oh Jetzt ist die Ability von ihm da Guck mal, was er noch macht Oh Hallo Alter, du bist doch so krank Das ist ja die komplett falsche Farbe Ja, es geht doch keine Es geht doch keine gute Farbe Digga, die Farben sind voll scheiße dafür Für den blöden Knill Knill Das ist ein Champion Digga, wie schreibt man den, den Knecht? Ey, wie schreibt man den? Oh, Junge Jetzt weiß ich, warum Die auch Aber ehrlich Munde war gut gemalt Ja, mit den grünen Haaren, oder? Ab Munde und die grünen Haare? Hm, nicht mehr Ich glaub das blaue Digga, ich google Munde, Digga Und ich komm einfach Scheiße Was ist das für eine Rune? Digga, was soll ich denn machen, Mann? Das ist voll verkackt Vercracked, Alter Ui, Team Mild Hunter Frag mich nicht, Digga Frag mich nicht, dass das so aussieht, Alter Ich dachte, aber es gibt nur die Ja, dachte ich auch Ja, Liefel Tempo ist Ja, Liefel Tempo ist auch eine Unterruner Du hast recht Das ist dein Schwert, das hat er in der Hand Warte Digga, das ist voll scheiße Ja, guck mal oben Scheiße Keine Ahnung, Digga Oh, Gott Oh, nein Oh, scheiße Oh, scheiße Zehn Sekunden weg Oh, der hat noch nichts gewollt Mann Scheiße Warum ist das so breit? Mach doch seine Maske Was? Digga Digga, was weiß ich's denn? Oh, ha Einfach 33% der Zeit nichts gemacht Ha So, Digga ist das Was? So eine Maske Oh Das ist Digga Wie nennt man den Typ mit der Maske, der bei BW ist, Digga? Ja, das ist der Typ Ray Mysterio Ray Mysterio Das ist Ray Mysterio Ist das? Digga, ein blauer Stab, der weiß es Endlich, endlich, endlich Was? Was? Oh, leute Digga, was ist Er war auf Was ist Was? Ist das links? Ich bin gut Ich bin so gut Digga Digga, Frau Wolkisch hat nicht mehr, Digga Was male ich hier? Digga, mein erster Gesser hat direkt gewonnen Ich hab Stress Ich hab Stress Du WENN Mein erster Gesser Gwenz Digga, wer macht um 19.19 Uhr ein Daily Restart Digga, Eingeschwache Beschiebung Was? Weiß jetzt berührt ist Der beste Spieler Wer Nein Nein Hahahaha 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 Oh mein Gott Wie gefallen, wie gefallen, wie gefallen Digga, ich möchte deine Mom nicht im Video haben Mute dich Hahahaha Hahahaha Genau das wir es drin haben Digga, genau das wir es drin haben Dickga, was? Ja das? Ein bisschen weniger greensatzen in ein Sprachfeiler mit reinmachen Pass Hey, what's going on? Pass jetzt. No. No. Hey! Sag doch was! Hebebebe! Hebebe! Jetzt geht er rein. Also jetzt ist es schnell. Mach ihn! Ich nehm ihn, ich nehm ihn. Wohin? Hab ich? Ich hab jetzt nicht viel Booster, aber ich versuch mein Bestes. Oh! Oh ja! Ja! Guck mal wie panisch er weggefahren ist. Oh nein, wohin fahr ich nur? Oh nein! We have used the power of friendship. Lecker! Ich wollte nicht, dass wir verlieren. Das ist uns kurz vielleicht noch ein Schauer zu essen. Was macht ihr da? Oh, Junge hat mich voll gegen die Kante gelenkt. Na ja, good enough. Katelyn. Boah, hab ich ne Reaktionszeit. Oh no! Morde, was ist da los? Was ist denn großer? Oh Gott, ne Polyvita-Welt. Warte mal, wen könnte ich... Ich könnte eigentlich Kayn buffen. Ne, nicht Sona. Ich will dich Sona ancraften. Oho! Ich gib Sona, Junge. Ich brauch auf. Jetzt bin ich nicht nötig. Ganz nötig. Weg mit der! Er ist einfach schon fast tot. PS tot. Oh Gott, wo ging meine Ult hin? Scheiße. Ich mach'n Double. Egal, ich krieg's ja eigentlich, äh... Wo die fucking steht. Der Bogen hat auch ne andere Farbe. Oh mein Gott, da die Scheiße. Da war die Scheiße damit. Oh Leute, ich dachte, wir gehen da. Okay. Ne, passt. Alles gut. Die ist gerade geflasht. Hä? Was ist mit denen? Oh nein, ich will nicht mehr sein. Ich trau... Ja, ich bin dead, glaube ich. Ich hab' leider keine, ähm, Dingens ab. ... Komm, ich bitte ne Takedown. Gott, der mir will. Boh, Renate hat so den... Den... ...den fucking Shit, äh... ...arsch gerettet. Ja, und das hat sie bei mir nie gemacht. Wir gewinnen das, Jungs! Was macht ihr denn hier, mein Gott? Digga, sammeln mal Punkte. und damit ist klar wer und boom das bn-branker steht für boom jetzt gehe ich mich glaube ich nein 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 was machst du denn der geht nicht bruder na doch ja wenn er zwei kre info sind der geht aber keiner seit welcher welt ich hab's noch gesehen wenn die benne b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. und da ist er der serial banjo mit brenka dem assist brenka hat ihn richtig gut vorgelegt Scheiße, es ist damit nur 16 Punkte? Halt bitte die Fresse, sonst komm ich rüber und stopp sie dir wirklich. Vielleicht muss ich wieder callen, wo ich bin, dann ist eben ein Tor passiert. Bin rechts. Klasse. Ja, Mann! Guck mal, ich muss nur callen, wo ich bin. Eben war auch so. Bonk. Und ein Hattrick für TheRealBanjo, den besten Spieler auf dem Platz. Oh, 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 oooo, ooo, 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 ooo. Fiat War Park für TheRealBanjo. Wolltest dich denn hin verschlagen, wortwörtlich. Fiat War Park. Und damit ist das Ding auch durch. Wenn ich da hin. Die Gang. Joach, ne. Oh. Ezreal Yumi wäre viel geiler gewesen. Fuck. Ich hätte dafür. Wie geht's für den Ward? Oh mein Gott. Die fucking heal. No, cleanest Ding. Lol. Die war da drin. Ja, du hast sie actually gehittet. Okay, wir pushen Action. Juge, Juge, Juge. Oh, Juge. This game is krank. Boah, es ist die Navi-Kina. Es gräbt doch auch nicht so sauer, Alter. Es gräbt? Hä? Sie ist doch reingeflasht. Also. Shit, der gab's. Schwierige Angelegenheit. Raus, raus, raus. Need out, need out. Boah. Juge, hab ich grad reingeswettert. Oh, wait. Das ist gar nicht cool, was hier gerade passiert. Was ist die Rede? Nope. Huh? Ey! What the heck is this Yumi's scripting queue? Scheiße. Was? Irgendeiner von denen? Hä? Hä? What the fuck? Einer ist nämlich auf dem Dach. Okay, nichts getroffen. Ich geh. Ich hab ihn gedown, holy shit. Und wie hab ich da keinen getroffen? Und wie hab ich da keinen getroffen? Digga, was will dieser Typ mit seinem Laserscope eigentlich von mir? Also man sieht den Laser. Der hat ne Nate in mich geworfen. Da direkt. Hast du keinen? Der hat sein Maid angeschossen, der Idiot. Können wir mal. Können wir mal. Oh, danke Leon. Holy shit. Wo bist du da? Oh, wie geil. Let's go. Leute, ich stand vor der Tür. In mir. Der letzte. Hilfe. Bitte. Gott. Steh mir bei. Killt den bitte. Die andere Beise down. Ja, Leon von hinten. Ja, let's go Jungs. Okay, Beeilung. Die Zone kommt. Heatshield. Paul Heatshield. Paul Heatshield. Paul Heatshield. Do it. Do it. Oh no. Oh, was? Guck deine Leben an. Das Game würde mein PC niemals laufen, schreibt Kryzo. Ey, Kryzo, Leon spielst auf dem Dämpfton. Ohne Grafikkarte. Ich hab sie, äh, fast Shield Break, Shield Break. Sie ist in ihr Wraithing gegangen. Zu Paul. Paul, da neben ihr so. Ist hier unten, ja. Let's go. Holy shit. Mach ich. Muss noch etwas erledigen. Ja. Let's go. Wow. Ein paar, ähm. Oh, was hab ich getan? Okay, ah. Nee, ich will aber gar nicht bremsen. Oder wie funktioniert. Ey. Und jetzt ein Stunt. Jetzt. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Wie mach ich denn? Was mach ich hier? Man kann doch die kombinieren einfach. Oh. Ja, let's go. Oh no. Oh no. Oh, aua. Alter, ich glaub ich hab irgendwas gebrochen. Oha, Alter. Einige von euch werden nicht zu Fuß, oder? Ey, sie lacht mich aus. Rocket Wingsuit? What? Oh. Ey, no. Ey, 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 ey. Hallo. Nein, ey, ey, komm schon. Ich hab mir jetzt grad aufgefallen. Copy my... Ey. Ey, was passiert hier? Ich kann doch die Kamera doch nicht drehen. Nein, ey, ey, du Lappen. Try again. Ja, gut vorbeigefahren am Ziel. Ey. Ich hab voll die Punkte. Ey, ich hab's voll geschafft. Ach, Mann. Ähm. Oh no. Oh mein Gott, ich hab grad First Person entdeckt. Ey, boah. Ey, nee. Warte, gibt's das dann auch mit, ähm... Safe gibt's First Person dann auch mit... Danke. Ja. Ach, Digga. Ach, Mann. Ey. Och, komm. What the fuck? Ich war im Boden. Ey. Was fand ich denn noch? Hallo. Mayday. Okay. Alles gut. Alles gut. Also gar nichts gut. Alter. Der nächste Stunt. Den holen wir jetzt. Passt auf. Oh. Oh. Das war clean, glaub ich. Mau. Oh Gott. Der, was lacht da so? Der rennt. Ja, okay. Ah, okay. Oh, yo. Chill mal. So, wir fahren mal hier runter. Na, war mir klar, dass das Schaden macht. Was hat der überhaupt sein? Sein Schultern. Ach, du Kacke. Easy. Achtung. Natürlich. Wow. Wow. Ey. Hm. Wie könnte ich das Feuer nur löschen? Vielleicht, wenn ich das Wasser auftreten. Wow. Okay, mach zu. Mach zu. Wasserverschwendung. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Fahr den um, Digga. Ja, das hat funktioniert. Oh mein Gott, dahin ist er. Ich kann nicht aussteigen jetzt. Okay, raus. Schnell. Komm schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da ist er. Oh mein Gott. Schnell rein. Fahr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah. Aber er sieht schon echt fäsch aus. Komm doch her, Charles. Wenn du dich traust. Och Maden, ey. Hallo. Nein, was? Nein, wo ist er denn? Och nö, ey. Fuck off, Charles. Alter. Ich suche aus. Geht's dir gut? Ist auch wieder sowas an der Schulter. Schade. Ah. Power. Perfekt. Okay. Gut, gut. Puh. Oh nein. Wo ist er? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, wo habe ich den hingeschossen? Digga, er hat ein Bein in seinem Kopf. Bin ich verwirrt? Fahr ich gerade irgendwie woanders lang? Nein. Och Mann. Ey. Fuck. Fuck. Ey, was? Oh mein Gott. Da ist er. Ah, der kommt direkt wieder her. Ja, ja, ja. Komm, Charles. Ich habe keine Angst mehr vor dir. Auch wenn mein Zug gleich kaputt ist. Digga. Ja, lass mal machen. Ich bin linkes Spielfeld. Warte, was? Junge, wo soll ich wissen, dass du da bist? Sag doch, was du Schwanz. Ja, wenn wir dann über sich von einem Berg ziehen. Guck mal. Siehst du, das ist so mutz. Äh, ne. Digga, halt deinen Maul mit deinen Vierpunkten mehr als ich, alter. Digga, das ist nicht dein Ernst. Er nimmt den Boost und geht nicht mal mehr auf den Ball. Jaja, schön, schön, schön. Bamm den? Oh, ich habe ihn nicht gebammt, aber saustark. Wie gut spielt er das gerade? Fuck. Dings, ich wollte noch was sagen. Lass mal uns angewöhnen. Einfach aus Trotz zu sagen. Also, zum Beispiel, ich bin am Ball. Hinten links. Hab gerade den Ball. Wie nach vorne. Und wenn Benni rechts ist, dass er einfach... Ach so. Hä? Ja, ja, ja. Und wenn Benni jetzt einfach rechts ist, dass er einfach automatisch sagt. Egal, ob ich jetzt anspielen will oder nicht rechts. Einfach, dass man weiß, wo er ist. Weißt du, wie meine? Der Ballhaber. Merhaber. Also, wenn ich gerade den Ball... Der Ball... Der Pearlhaber. Oh. Alles war nichts. Ja. Digga, ich hab dich als ich losgeflogen bin, Digga, viel zu weit links hingehöft. Ich musste so durch die Kurve nehmen. Ah, nehmt ihn. Fuck. Fuck. No. Hab ich... Nicht, nicht, nicht. Wir vorne, wir vorne, wir vorne. Ja, ja, ja. Ein bisschen nach rechts. Clean. Sau clean. Komm. Ja, er passt, 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 passt. Alles gut. Ich dachte eigentlich, du wärst das gewesen. Und ich frag mich, was du sagst. Eh, die hatten ihn. Yo, der Blinkler, Digga. Jaaa. Ah, fuck. Voll dahinter. Oh, er macht drüber. Oh, gut. Da, 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 da. Du. Das ist... Das ist... Das ist ein ernst. Hey, was hat mir? Was hat mir, hat mir, hat mir. Wort hat mir. Ich wollte ihn saben. Oh, ja. Ja, saugen ihn, wichtig. Ja. Ja. Jaaaaa. Let's gooo! Gestoppt haben wir das Turnier. Gestoppt, kein Game verloren. Du hast fast dafür gestorben, Alter. Der fickt. Ja! Wer bis hierhin geschaut hat, dem wollte ich mal Danke sagen. Danke auch an alle, die mich unterstützt haben und mit mir Videos gemacht haben. Ich muss mich ein bisschen kürzer halten, weil ich noch ein paar Nachwirkungen von meiner Weisheitszahn-OP habe. Deswegen werde ich jetzt nicht so viel reden, bis auf ein paar Statistiken noch, dass ich in diesem Jahr 53 Videos und 8 Shorts hochgeladen habe. 22 Streams hatten wir auch miteinander. Mittlerweile haben wir auch über 15.000 Aufrufe und wir haben über 130 Abos. Unsere Wiedergabezeit ist bei 350 Stunden ungefähr. Und das habe ich euch zu verdanken. Deswegen freue ich mich auf ein weiteres witziges Jahr 2023. Ciao!